Hallo und herzliches Willkommensatz, Lukas Max, heute noch ein neues Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch in diesem Video die neuen Fahrzeuge, die gestern in GTA Online erschienen sind und tune sie. Deswegen abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr die nächste Woche noch das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Heute gegen 14 Uhr, denke ich mal, werden auch alle unveröffentlichten Fahrzeuge kommen in einem Video, wo ich sie einfach nur zeige. Und in den nächsten Tagen werden sie dann alle als Tuning-Video online kommen. Deswegen aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr das nicht mehr verpasst. Wir starten jetzt rein mit dem Video. Sorry, falls ich ein bisschen übersteuert klinge, das habe ich im Stream gar nicht bemerkt. Wir türen den jetzt. Okay, wie gesagt, wir türen jetzt den neuen Audi. Viertürer E-Wagen, wunderschönes Auto, schon im unten getürten. Ab in Panzerung, Panzerung hauen wir aber nicht vor, weil ich das Auto eh nicht fahren werde, glaube ich. Panzerung hauen wir aber rauf. Diese Panzerplatten hier muss bremsen. Rauf, Stoßstangen. Schauen wir uns das auch mal an. Ui. Ui, man kann den anscheinend fett bauen. Tryen wir mal. Wir tryen den mal fett zu bauen. Motor, Full. Der Motor ist dann schon da hinten, interessant. Wir brauchen solche Teile. Ich würde die, wenn es Premierfarbe ist, aber das ist ja nicht Premierfarbe hier. Deswegen lassen wir den Dinger mal raus. Kühlergrill. Ja. Es wird nur Farbe ändern, oder? Ja, nee, es kommt ein bisschen näher kommen. Wir nehmen den. Egal. Die 750 Dollar. Kapi. Ähm, ja, Motorhaube lassen wir so. Hupe auch. Imanitech. Sehr, sehr schön, dass es das gibt. Machen wir natürlich Lenkraketen, Störsender rein. Lichter, ja, brauche ich nicht auf dem Wagen. Lassen wir das noch so. Designs kommen wir gleich dazu, wenn wir die Farben haben. Schwarzes Kennzeichen. Annäherungsmine brauchen wir nicht, kann man aber Öl reinhauen. Lackierung, Premier. So, äh, Premier und dann machen wir natürlich Metallic. Äh, ich glaube, wir müssen bei dem Wagen eine helle Farbe rauf machen. Sonnenuntergang Orange. Orange sieht irgendwie gut aus, aber ich finde vorne den Dings nicht geil. Den machen wir wieder ab. Wir machen das so, wir machen das so. Und wir hatten auch außer dem Heck vergessen, einfach. Ich lasse die, so, ja, wir lassen das alles schön dünn. Oder, warte mal, machen wir das eventuell so. Ja, wir machen das so. Dann kommen wir jetzt zu den Designs. Einfach ein schwarzer Streifen. Interessant. Der sieht actually auch cool aus, weil er erst dort bei diesem kleinen, wie nennt man das so, ein Hügel anfängt. Geil. War jetzt auch nochmal. Autohaus wird bestimmt erst geöffnet. Ah, das könnte man, äh, das klingt... Klingt mäßig richtig so, weiß. Äh, safari, weiß ich es nicht. Okay, grüne Zukunft. Ah, ja, 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 okay. Eine Deutschlandflagge. Okay, das sieht auch cool aus. Das sieht auch cool aus. Hm, also, designs-technisch ist er gut unterwegs. Das kommt auch cool aus. Das kommt auch cool. Wir nehmen das hier mal und ändern nochmal die Farbe. Also, eventuell kriegen wir da eine geile Kombi raus. Metallic. Ich denke da an so ein schwarz oder so. Hier. Genau, wir machen das mal schwarz. Und sekundär auch schwarz. Das kommt cool. Das kommt cool. Jawohl. Okay, ab zum Dach. Ist einfach nur sekundär. Carbon. Okay. Ui, sowas feiere ich. Sowas feiere ich. Ui. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich sowas. Das finde ich cool. Das nehmen wir auch. Direkt mit Premiere. Seitenverkleidung. Ja, nee, sowas brauchen wir nicht. Wir wollen den relativ clean haben noch. Ein kleiner Spoiler hier oben. Kommt cool. Okay, dann schauen wir uns mal hier hinten die kleinen Spoiler an. Das denn. Federung komplett tief. Ah, der liegt schön tief. Das gefällt mir. Reifentyp. Track. Dann schauen wir mal, was wir dem Fahrzeug hier schon ist. Geben. Da hinten, von hinten so, von, wenn man so nach hinten schaut, der sieht schon fett aus. Muss ich sagen. Richtig geiles Auto. Wir nehmen einfach mal diese Reifen. Machen sie schwarz. Ja, voll. Reifenmuster. Ne. Schussliche Reifen, ja. Qualm brauchen wir nicht. Fenster. Schwarz. Und das ist das wunderschöne neue Audi-Fahrzeug. Audi GT. Dann kommen wir zu diesem neuen Mercedes hier in Einsitz. Das ist okay. Türen gehen sehr interessant schon mal auf. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem Fahrzeug halten soll. Wir probieren es einfach mal. Panzerung hauen wir wieder mal nicht rauf. Rennbremsen, rauf. Motor, Motorabstimmung, full. Kann ich mir vorstellen, dass der HSW-Funktion sogar hat. Okay. Fette Auspüff hatte. Ui. Was sind das für Auspüffe, Mann? Wir nehmen so eins, wo das, glaube ich, geschlossen ist, oder? Ah, es sieht nicht unbedingt nice aus, muss ich sagen. Kann man mitmachen, wenn ich fertig mit Türen bin, auf jeden Fall. Hm. Ah, dann wir nehmen das hier. Die Reifen sind nice, weiß nicht, fühle ich nicht so. So kühler Grill. Tüger, wie geil die Motorhaube aufgeht. Das finde ich geil. Aber brauchen wir einen Doppelventilator oder eher nicht? Ne, wir kaufen das Ding einfach. Motorhaube. Okay. Okay. Ja, das ist cool, das ist cool. Ich finde fast diesen kleinen Mund ein bisschen fresh. Aber... Ich finde den so geil, wir nehmen es so. Hupe brauchen wir nicht, Lichter brauchen wir nicht, Designs kommen wir gleich so. Spiegel. Ah, ja. Okay, das ist nur Farben ändern. Dann machen wir einen Premiere. Oder gab es Secondär? Ne. Äh, Schutzblech. Okay, einfach so ein Schutzblech. Ja, hat man halt noch nicht in GTA Online gehabt, ne? Hauen wir mal rauf. Nummernschild. Am liebsten gar kein Nummernschild, aber okay. Machen wir schwarz. Lackierung, okay. Äh, wir nehmen natürlich Metallic und schauen dann mal, wie wir dieses wunderschöne Auto machen. Ich glaube, so ein Grauton oder... Ja, weiß nicht, kommt schon ganz nice. Bin wieder da. Welcome back, Panky. Ähm. Galaxy Blau kommt auch geil. Aber Blau kommt auch sehr gut, wie in einem Blau. Secondär, macht Secondär irgendwas hier aus? Ich glaube nämlich ja nicht. Ne. Gut, dann kommen wir zu den Designs. Äh, einfach eine Rennnummer hier überall dran und so. Ja, Ben Faktor V8. Nochmal mit so einem Streifen, sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. Mein macht. Den hat man auch gestern schon gesehen auf einem Bild. Ich dachte nur, dass wäre ein anderes Auto gewesen. Äh, ja, nee, sowas fühle ich nicht so ein Rennendesigns, ehrlich gesagt. Außer den einen, der war ganz cool. Das hier, glaube ich. Das könnte, damit könnte ich noch nehmen und damit. Ja, wir nehmen den ja. Spiegel hatten wir schon, Schutzblech hatten wir schon. Sonnenblenden. Ne, muss nicht, muss nicht. Seitenverkleidung. Das sah cool aus. Das nehmen wir. Ähm, Splitter. Hm. Ich glaube, wir nehmen da auch ein, wo dieses Mitte-Teil weg ist. Und das eher so aussieht. Aber dann genau in so einer Farbe hier. Spoiler, jetzt bin ich gespannt. Ähm, das ist einfach nur ein Wechsel zu Premiere. Hm, naja, ne. Ändert sich als... Oh, jetzt hat sie... Was ich wollte gerade sagen, wo hält sich der Spoiler fest? Aber der hält sich so, okay. Ja, finde ich fast cooler, muss ich sagen. Aber das sieht auch geil aus, wie... Wie er sich... Wie dieser Spoiler sich festhält, finde ich irgendwie geil. Aber ansonsten, ja, nie wesentlich. Wir nehmen einen, dieser... Wir nehmen genau diesen hier. Mit Ben-Faktor drauf. Federung. Erinnert sich halt kaum was, aber nehmen wir mit. Getriebe voll, turbo voll, Reifen-Typ. Wir können halt jeden Reifen raufhauen, ne. Aber ich habe so eine kleine Idee. War das hier? Ah, nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Welche Reifen könnten denn hier passen? Straße? Ja, Straße, Straße ist gut. Hm. Komm, wir nehmen das hier. Wir machen das jetzt schön. Ah, das ist ein bisschen grau noch dabei. Wir tryen mal blau. Wie das aussieht. Gibt's kein normales blau. Es kommt ein bisschen ran. Nee, nee, nee. Dann nehmen wir andere Fällen. Auch wenn wir dafür gerade fucking 30 K rausgehauen haben. Nimm wir die hier. Und dann einfach schwarz. Bärum. Verbesserung. So. Muster kommt ja nicht rauf. Oder gibt's ein blaues? Nee. So, Fenster full. Und das ist der wunderschöne neue Band-Faktor. Hätte ich nicht gedacht, dass das so cool ist. Dann kommen wir jetzt zu diesem Fahrzeug, was ihr übrigens mit GTA Plus kostenlos bekommen könnt. Äh, Sytra oder so hieß der. Genau, der Corsita. Corsita, genau. Okay, wir tunen den jetzt erstmal. Ey, für den Tune. Ähm, ich finde die vorne, die Front sieht nicht geil aus. Aber von hinten ist das schon was. Panzer, hauen wir wieder mal nicht rauf. Aber Bremsen, voll Stoßstangen. Schauen wir uns, okay, auch mal an. Äh, ja. Kann man machen eventuell. Nee, doch nicht. Das geht eventuell noch. Aber bin ich gar kein Freund von. Bin ich gespannt, was hinten so kommt. Ich glaube, das wird mich nicht übersorgen. Hau ich tatsächlich mal nichts rauf. Full hauen wir dich natürlich rauf. Auspuff. Okay, hauen wir mal den ein. Und zwar, der sieht cool aus. Nimm wir grob. Wer um kühler Grill. Oh, kann man machen. Ah, nee, das will ich gar nicht. Hm. Doch, der braucht einen Mund. Der braucht einen Hardaufartenmund. Aber welchen? Ich finde nur gerade cool. Ah, nimm wir grob. So, Lichter brauchen wir nicht. Designs kombinieren wir gleich so, wenn wir dann die Farbe haben. Dann kommen wir zu Schutzblech. Hm, ja, nee. Schutzblech braucht man nicht bei so einem Fahrzeug. Feier ich gar nicht. Kommt mir dann fort wie so ein LKW. Schwarzes Kennzeichen. Lackierung. Premier Metallic. Ich wollte fast sagen, matt hallig null. Ähm, aber wir könnten da auf dem Wagen mal matt probieren. Weil jetzt so ein Sportauto, da könnte matt gut passen. So ein schönes Orange kommt gut. Oh, Limettengrün nehmen wir. Wir nehmen Limettengrün mit einer Kombo im weißem Schwarz. Äh, weißem Schwarz? Mit einer Kombo in weiß. Das wollte ich sagen. Schön. Feier ich. Das feier ich. Gut, dann können wir jetzt zu den Designs gehen. Auf einmal ist es schwarz. Perfekt. Einfach nur einen Streifen am Rand. Ja, so ein weißes Ding. Das sieht cool aus mit so einem weißen Strich. Hm. Okay. Das passt wirklich cool eigentlich. Weil ich auch das Dach weiß hab. Da kommt das cool. Da kommt das wirklich cool. Das ist natürlich auch noch mal in schwarz. Ui. Das erinnert mich ein bisschen an Herbie. Bank of Liberty. Nice. Das kommt auch geil. Das kommt auch geil. So zwei Kombis. Ja, nee. Ja, Methan feier ich nicht. Gut. Wir nehmen definitiv das hier. Bam. Äh. Nummernschilder hatten wir, glaube ich, schon. Ne, job. Dann kommen wir jetzt zu Dach. Bin ich mal gespannt, ob da irgendwas Cooles kommt. Ein bisschen Farbe ändern kann man ja immer. Aber ändert sich da auch mal was? Da wird so... Ah, das... Das ist cool. Feier ich. Nochmal. Hm. Hinten weiß ich ja nicht so. Ich weiß nicht. Wir nehmen, glaube ich, das hier. Bam. Seitenverkleidung. Schauen wir mal, was die so kann. Okay, viel zu fett schon. Viel zu fett für meinen Geschmack. Aber das sieht cool aus, muss ich sagen. So eigene Bogen. Feier ich irgendwo. Aber viel zu fett. Wir schauen nochmal. Ne, wir lassen das. Splitter mal wieder. Ne, feier ich nicht. Kann ich direkt sagen. Macht wir nicht. Wir wollen den clean haben. So, dann hauen wir mal einen Spoiler rauf. Kann ich mir von direkt vorstellen, dass wir diesen hier nehmen. Okay. Okay. Sieht cool aus irgendwo. Der sieht auch irgendwo cool aus. Das kommt wieder diese Standard-Spoiler. Ja, ich muss sagen, ich fand den hier am coolsten. Muss ich sagen. Sonnenblende. Gibt viel Sonnenblenden-Auswahl, weil halt diese Dings am Start sind. Diese Werbung-Teile. Straßenfederung hauen wir rauf. Getriebe full. Kofferraum. Ach, der Kofferraum ist vorne. Nevermind. Okay, schauen wir uns. Das sah sehr interessant aus. Dann schauen wir uns das auch mal an. Kann man machen. Das feiere ich. Das feiere ich. Das haben wir ja auch gerade schon gesehen. Wo wir umkamen. Nehmen wir direkt. Hier. Turbo. Voll. Reifen. Typ. Ich finde die Reifen, die standardmäßig drauf sind, zum ersten Mal heute geil. Das finde ich das erste Mal heute geil. Aber ich will die gerne in Matsch-Schwarz haben. Deswegen gucken wir nochmal. Solche Reifen passen halt immer rauf. Aber wir haben sie freigeschalten. Perfekt. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas passendes finden. Ja, nehmen wir die hier. Schwarz. Wunderschön. Wunderschön. Gut, dann machen wir jetzt nur noch Fenster im Matsch-Schwarz. Und das ist dieses wunderschöne Auto. Bisher fast mein Favorit. Bisher fast mein Favorit. So, dann kommen wir jetzt zu dem neuen Lamborghini. Muss ich sagen. Schöne Front. Und das ist mit so aufklappbaren Augen. Feiere ich. Let's go. Wie sieht das von hinten aus? Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Joa. Geht klar. Kann man definitiv machen. Schönes Auto. Wir tun das Auto jetzt direkt. Und zwar einmal bremsen. Voll natürlich. Panzer machen wir, wie ihr davor schon gesehen habt. Gar nicht. Stoßstange. Frontstoßstange. Bin ich gespannt, ob da eventuell was Gutes bei rumkommt. Weil, naja. Bisher wurde ich noch nicht so von Frontstoßstange heute zu überzeugt. Hm. Schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas reinhauen. Nee. Passt irgendwie null. Was ist denn hier passiert? Einfach das ganze Ding hinten weg. Geil. Schwierig. Schwierig. Ich nehme auf jeden Fall eins mit diesem geilen Design. So, nehmen wir das, glaube ich. Ja. Und dann gehen wir nochmal von Stoßstange, weil ich glaube, da war auch dieses Design. Wir nehmen das einfach mal. Wir nehmen das einfach. Wir probieren es. Ah. Musst halt mal alles durchgucken. Es gibt vieles Neues. Aber die Hauptsachen sind wirklich einfach nur neue Autos und ein paar neue Missionen. Aber ich muss sagen, wieder diese Dinger hier feiere ich gar nicht. Feiere ich gar nicht. Motor voll auspuff. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kommt ja irgendwas richtig cooles. Was ich bei den jetzigen jetzt nicht mehr so erwarten würde. Aber wir nehmen Turbo auspuff. Aber wir nehmen Turbo auspuffe für den extra Turbo. Motorhaube. Dann kam hier vorne so ein kleiner Schlitz rein. Okay. Okay. So ein Design wieder. So ein Design wieder. Ja. Er hat sich nicht. Scandert lassen wir so. Hupe brauchen wir nicht. Lichter brauchen wir nicht. Designs kommen in den Begleis zu. Wenn wir die Lackierungen haben, wie man es kennt. Schwarzes Kennzeichen drauf. Premiere. Wir hauen hier, glaube ich, ein schönes Mattrot oder so rauf. Oder so ein Matt schafft er Lila. Was eine Farbe. Wow. Kleiner Funfact übrigens. Doch nicht. Wir können aber auch die Chameleon Farben raufhauen. Aber nee, machen wir nicht. Ich finde das cool. Matt. Ändert sich dann irgendwas? Ah, die Bremssättel hier unten. Bam. So, dann kommen wir jetzt zu den Designs. Wo sind sie hier? Eins soweit. Designs. Okay, eine italienische Flagge. Kennt man bei diesen Wagen. Also bei diesen Fahrzeugen schon. Okay, einfach so ein kleiner Strich hier unten. Kann man machen. Kann man nun auch machen. So, solche Kombis feiere ich. Das ist einfach cool aus. Das ist auch noch mein Rot. Dann nochmal. Achso, diesmal steht da noch was. Ja, Parn. Okay. Er weiß nicht, was ich von diesem Design halten soll. Das hat auch was. Okay. Ey, das sieht auch geil aus. Ich feiere irgendwie solche Zweierkombis. Aber nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht. Okay, ja. Kann man machen. Aber ich habe mich, ich habe mich seit Anfang an schon für dieses hier entschieden. So. Dann kommen wir zu dem Dach. Was hat das hier Schönes? Okay, einmal Farmänderung. Okay, komplette Farmänderung. Kamillendach mit so einer kleinen Ein-Rille-Dings-Teil. Oh, das sieht auch geil aus. Wirklich. Feier ich. Hm, kann man auch machen. Ja, nee. Das nehme ich hier definitiv. Bam. Im Casino ist der Lambo. Oha. Seitenverkleidungen. Jetzt bin ich gespannt. Hm, das kommt ganz okay. Ich guess. Feier ich gar nicht. Feier ich nicht, nee. Aber wir müssen was nehmen für die Kombi. Im besten Fall wäre es Weißge... Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Wir lassen es so. Spoiler. Was ist das für eine Änderung, Mann? Was ist das für ein Spoiler? Ach so, die Spoiler klappen auf. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann lassen wir das wahrscheinlich auch so. Ja, nee. Sowas brauchen wir nicht. Es sieht zwar cool aus, brauchen wir aber nicht. Hm, hm. Ah, kann man... Wer es feiert, kann es machen, aber ich nehme es lieber so. Federung komplett drauf. Getriebe full. Turbo. Ah, Kofferraum kommt nochmal. Dann schauen wir uns das natürlich nochmal an. Ja. Schöne Designänderungen. Kann man machen. Sieht cool aus. Oha. Oha. Oha, Digga. Das nehmen wir. Ach, das haben wir schon. Ah, ist nur nochmal ein bisschen größer. Ja, mit Tiefeneinlass nehmen wir. Turbo voll. Einlässe. Einlässe. Ja, besser ist es. Schön auch in dieser Farbe. Reifen. Ich finde die Reifen auch wieder standardmäßig extrem stark. Wirklich extrem stark. Und dann schauen wir mal. Boah, die kommen wild auf den Wagen. Die nehmen wir direkt in schwarz. Reifenmuster. Reifenmuster feiere ich nie leider. Bam, qualm brauchen wir nicht. Fenster schwarz. Und das ist dieser wunderschöne Lamborghini. Feiere ich. So, und zu guter Letzt kommt der Greenwood. Das einzige Fahrzeug von South San Andreas. Werden wir testen. Kennt man natürlich schon aus San Andreas. Vom Grund auf feiere ich einfach schon die Karre. Let's go rein ins Tuning. Panzerung machen wir natürlich nicht drauf. Aber Panzerplatten. Oha. Bin ich mir fast unsicher. Weil ich würde den gerne klassisch lassen. Oh, ich finde den Wagen so schön. Wir probieren es mal mit Panzerung. Also mit Panzerplatten. So, wo sind wir? Fensterleisten. Ui. Wow. Also das ist so Überrollkäfig mäßig. Aber jetzt hat sich auch wieder was geändert. Okay. Lackierter. Das sieht cool aus neben mir. Bremsen voll. Stoßstangen. Oh, okay, okay, okay. Ja, okay, okay. Das hatten wir auch schon. Ich dachte, das wäre ein anderes Auto. Aber gut, das ist das Auto. Ich finde die normale schon fast am coolsten. Aber die ist auch geil. Aber wir nehmen die hier. Definitiv. Hier ist wieder das gleiche. Okay. Lassen wir auch in Chrome. So, ui. Das können wir ändern. Let's go. Ui. Ui, ui, ui. Schön. Schön. Ui. Der ist neu. Den hatte man, glaube ich, vorher noch nicht. Den nehmen wir auch. Der ist geil. Das ist kein Benni-Fahrzeug. So. Ähm. Motorful. Auspuff. Oh, es könnte irgendwie heftige Auspuffe kommen. Einer. Feier ich fast. Fühl ich sehr. Ja, ist auch cool. Genau solche Auspuffe meinte ich dir zu einer. Uuu. Ui. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich überlege echt, einen Einer zu nehmen. So, eigentlich feier ich irgendwo. Nehmen wir doppelaufs Puff. So. Okay, das können wir hier vorne zu machen. Es sieht aus wie ein Low-Wider. Ja, könnte man das Low-Wider machen, aber, äh, nee. Das ist diesmal keiner. Äh, Lenkraketenstörse nach rein damit. Lichter brauchen wir nicht. Die Seins kommen wir gleich zu. Weil wir erstmal zu den Lackierungen gleich gehen. So, Lüftungsschlitze. Uuuuh, schön. Nehmen wir. Spiegel. Oh, geil. Man kann verschiedene Spiegel haben. Mh. Ich fand Rundso fast am coolsten. Aber die sind auch geil. Wir nehmen die mal. Wir nehmen die mal. Nummernschild natürlich schwarz. Annäherungsmine brauchen wir nicht. Lackierung. Metallic. Oder wir schauen diesmal Chameleon. Vielleicht investieren wir hier. Ui. Gold kommt wild. Mh. Ne. Können wir keine nehmen. Wir schauen so durch. So ein graus Design kommt hier schon sehr gut auf den Wagen. Es darf halt nicht viel zu essen. Es muss halt einfach passen, ne. Das ist wichtig. Zum Beispiel. Das passt. Hafenblau. Nehmen wir. Mit einer Psyche und der Kombi in schwarz oder so. Wir train schwarz. So. Dach. Ah, ne. Erstmal geben wir jetzt Designs. Stimmt. Designs. Ein weißer Streifen. Kennen wir schon sehr oft jetzt. Ja. Kann man auch machen. Ja. Kommt gut. Kommt gut, ja. Ui. Das sieht mir sehr aus wie ein Lowrider Design. Moins, Herr Dieb. Ich hoffe dir jetzt gut, Meister. Was ist das denn? Das sieht geil aus. Unbesiegbar. Das kommt auch geil. Bravado. Es kommen solche Designs. Ah. Können wir schon zu einem Grove Street Wagen machen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das hier zu nehmen. Das sieht geil aus. Das nehmen wir. Dann kommen wir jetzt zu dem Dach. Ah. Kann man nicht viel machen. Ist es dann aufmachbar? Ne. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Mir gibt noch keine Mod Menüs. Spoilers. Ich wollte eigentlich das Ding auslachen, aber das kommt fucking cool. Das ist geil. Das nehmen wir auch. Definitiv. Außer es kommt noch ein geilerer. Außer es kommt noch was krasseres. Ansonsten sind halt jetzt wieder die Standard. Das kann man nicht auf einem Dingswagen drauf machen. Guckt euch das an. Das sieht geil aus. Diesen Spoiler nehmen wir. Federung. Ich würde ich lasse wirklich das Auto oben. Full machen wir das ja alles Turbo. Reifen nehmen wir. Ich glaube ich lasse die normalen Reifen drauf. Wir können ja mal kurz gucken. Ne, wir lassen die normalen drauf. Die passen sogar mit weißem Design und einfach geil. Einfach geil. Neue Waffen zeigen wir gleich. Wir machen nur noch hier schnell alles fertig. Schusssichere Reifen drauf. Reifenmuster haben wir schon. Und Crime brauchen wir nicht. Fenster. Full. Und das ist der wunderschöne neue Greenwood. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, welches Auto ihr am besten fandet. Und wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr rund ums komplette GTA-Universum mehr verpassen werdet. Und wie gesagt, 14 Uhr wird ungefähr auch die ganzen neuen Fahrzeuge kommen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca. Und ciao, ciao.